Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil 7. Wir haben noch ein paar DLC Sachen vor uns. Und als nächstes kommt Jax. 55. Geburtstag. Yay. Party. Let's get start the party. Wir machen auf jeden Fall, denke ich mal, die 20 Minuten voll mit diesem Spiel. 55. Machen Sie Jack fett. Bringen Sie Jack essen und füttern Sie. Je schneller Sie ihn pappsatt machen, desto höher wird Ihr Rang sein. Feinde töten, Zeit verdienen. Sie können den Countdown für eine Weile anhalten, indem Sie Gegner angreifen und töten. Erledigen Sie Gegner schnell, um eine bessere Abschlusszeit zu erreichen. Ran an die Fähigkeitenobjekte. Fähigkeitenobjekte haben positive Effekte, wenn Sie sie bei sich tragen. Tragen Sie aber zu viele davon, haben Sie im Inventar keinen Platz mehr für Essen. Versiegelte Türen. Einige Türen öffnen sich erst, nachdem Sie bestimmte Gegner erledigt haben. Feinde finden und ja, okay. So wird gespielt. Heute ist Jax. 55. Geburtstag. Zur Feier des Tages hat die Familie ein besonderes Mahl zubereitet. Aber das reichte dem fräßigen alten Jack nicht. Und da kommen Sie ins Spiel. Finden Sie die über das Areal verschreuten Mahlzeiten und bringen Sie Jack. Ich lese hier noch was vor. Sorry, Jack. Um seinen Hunger zu stillen. Über das Areal verteilt können Sie verschiedene Arten leckerer Mahlzeiten finden. Sammeln Sie die Mahlzeiten ein und bringen Sie sie Jack. Sie können Jack füttern, indem Sie eine Mahlzeiten-Jack benutzen. Jedes Mal, wenn Sie Jack füttern, wird sich sein Zufriedenheitsbalken füllen. Füllen Sie den Balken komplett, um den Abschnitt abzuschließen. So. Was ist das? Achso, wird gespielt. Okay. Wenn wir da rausgehen oder da rausgehen, ist das Are you ready? Okay, also sind wir bereit. So. So. Was nehmen wir mit? Wir nehmen erstmal eine Flinte mit. Wir können eine Kreissäge. Rang-B-N-Gästehaus zweiforderlich. Unendlich Munition. Rang-Rang-S im Versuchsgelände. Auto heilen. In der Ruhe liegt die Kraft. Einfach mal stillstehen. Und erholen. Ich habe Hunger. Was dauert das so lange? Oh. Je schneller wir sind, desto besser Sachen bekommen wir. Geil. Geilo. Geilo. Erste Wopf. Nein. Ich versauere hier. Soll ich ein Messer mitnehmen? Ne, ne? Okay, wir haben jetzt erstmal sechs. Wir haben erstmal zehn Schuss. Ich weiß nicht, soll ich die Pistole auch noch mitnehmen? Ich weiß, wir haben weniger Platz, aber... Ich schaff das Essen in meinem Bauch. Naja. Oh, und wir sind Mia. Okay, sind wir bereit? Wir sind bereit. Komm. Auf geht's! So, haben wir es gefunden. Ein bisschen dickeres. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen träge. Wir können... Wir können... Ja, die Sachen kommen wir hier an einem... Gewürz. So. So. Noch ein bisschen dicker. Ich bin langsam, ich weiß. Ich weiß. Und ich weiß, ich hab da noch ein Essen liegen lassen. Hm. Wein ist nicht gerade das, was lecker ist. Ich weiß. Ja, ich weiß. Oh. Gewürz. Also hier können wir Zeit holen. Dann haben wir noch zwei Schuss. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Kommen die mir auch hier nach? Ja, komm hier, ähm, das, das, Alter, hab ich das nicht verarschen? Das ist großartig. Okay. Okay. Ein bisschen schaffst du noch, aber Pfeffer nicht. Äh, wo könnte ich noch was Essens finden? Ja, was ist er? Ja, was ist viel schwer? Ja. Okay. Ich hau ab. Mach's gut. Tschüss, Sikowski. Ah, jetzt geht die normale Zeit wieder weiter. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Ich hoffe aber, dass es das nie random ist. Das Essen, wo es ist. Fähigkeiten, Objekt, Verteidigung und Feuerkraft. Ja, alles in einer Minute zu schaffen, ist ein bisschen schwierig. Besonders, weil man muss ja fast eine Bonuszeit haben. So, Fähigkeiten, Objekt, Hellseherei. Zeitbonus, Alpha. Hierfür haben wir schon neun Minuten gebraucht. Ich denke mal, eins schaffen wir noch. Machen Sie, Jack, fett. Das kennen wir ja. Mr. Everywhere. Haha, den gibt's auch. Den haben wir ja auch gesehen. So, los geht's. Komm. Wenn natürlich von mir verlangt wird, dass ich, ähm... Also, wenn ihr mehr sehen wollt, anderen Level auch noch sehen wollt, dann könnt ihr's gerne in den Kommentaren schreiben. Oh, wir bekommen hier sogar starke Arznei. Ich will aber die schwache Arznei haben. Und... Flintenmonitionen haben wir nächstens mal 15. Wir haben mehr Platz. Wow. Der goldene Blaster. Ich versauere mich hier! Zeitbonus erhöht ihren Zeitbonus, wenn sie an Trefferts landen. Mehr nehme ich erst mal nicht mehr. Obwohl die Feuerkraft bei der Flinte nicht so wirklich wichtig ist. Ich auf Holger! Das dauert das so lange! Nehmen wir lieber Hellseherei, dann sehen wir die Objekte eher. Ja? Are you ready? Let's go! Let's go! Well... Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann kombiniere ich jetzt. Okay, wir gehen zurück. Oh, ist das noch was Kleines? Nee, Hähnchen. Sie haben nicht genug Platz. Danke, dass du mir Zeit schenkst. Na, ich lass mir jetzt ein bisschen Zeit beim ersten Mal. Blaue Tür. So, Jack. Das ist großartig. Mehr davon. Mehr. Mehr. Das ist großartig. Mehr davon. Ja, lecker. Ich werde das nicht mehr tun. Ich werde das nicht mehr tun. Ich werde das nicht mehr tun. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Kombinieren damit. Okay, das andere lässt sich noch nicht kombinieren. Jetzt habe ich mich gedreht. Hoffentlich kann ich nicht alle drei mitnehmen. Jawohl. Und wir gehen zurück zu Jack, weil keine Muni und so. Bitte lass mich das noch mitnehmen können. Scheiße. Na egal. Auf zu Jack. Das ist schon kniffliger. Oh fuck. Das ist kniffliger. Das ist kniffliger. Da vorne die Tür ist ja offen. So, lass mich eben kombinieren hier. Ich hab noch Bier, dann muss das reichen, komm. Kleine sind lästig. Was? Okay, komm, wenigstens B-Rang. Und damit wäre der Part auch schon rum. Aber mir macht das Spaß. Ich hab B-Rang. Ich hab mir ja auch Zeit gelassen, muss man dazu sagen. So. Kann ich mal sagen, war's das erstmal. Für euch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann werde ich versuchen, von Margaret aus dem Zimmer abzuhauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, euer Zivinita. Da, 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 da. Vielen Dank.